Musik Hallo, ich bin der Julian. Ich arbeite bei der Petzel. Ich bin im Team Teilhabe bei der Petzel. Ich lese und schreibe Texte, ich gebe Fortbildungen, ich führe Leute in der Ausstellung und ich arbeite auch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Die Petzel macht Prävention. Prävention heißt Schutz vor Gewalt, Schutz vor sexueller Gewalt. Alle Menschen haben das Recht auf Sex und Schutz vor sexueller Gewalt. Und deswegen haben wir die Ausstellung echt mein Recht gemacht. Echt, mein Recht ist für alle geeignet. Hier gibt es Dinge zum Fühlen. Hier gibt es Flirt-Tipps. Leute, die nicht lesen können, können es mit dem Hörstift vorlesen lassen. Dazu muss man nur die Nummer eingeben. Zwei Menschen finden einander gut. In einer Beziehung haben alle Rechte. Hier können sie entscheiden was erlaubt oder verboten ist. Sahra und Mohamed möchten ein Kind bekommen. Ein Frauenarzt hatte Sahra die Pille verschrieben. Sahra nimmt die Pille jetzt nicht mehr. Das ist erlaubt. Sex mit Kindern ist verboten. Darum darf Tobias mit Jan keine sexuelle Beziehung haben. Es gibt gute und krechte Erfahrungen beim Sex. Ich finde es wichtig, dass alle Menschen ein Recht auf Sex haben. Und ihr habt auch Recht Nein zu sagen. Alle Informationen aus dieser Fraktion können Sie auch in diesen Büchern lesen. Selbstbestimmung von Männern und Selbstbestimmung von Frauen. Diese Hefte können Sie auch online bestellen, einzeln oder als ganzen Ordner. bis zur Freizeit. bis zur Freizeit. Untertitelung des ZDF, 2020